Hallo Leute, es geht heute in diesem Video mal um eine Behauptung, die schon mehrfach widerlegt wurde. Aber irgendwie, ich weiß nicht wie das kommt, tauchen nach ein paar Jahren dann wieder dieselben Behauptungen auf. Vielleicht weil man hofft, dass dann es Leute gibt, die diese ganzen Sachen noch nicht gehört haben. Und heute geht es mal um eine Behauptung, die aus dem Buch des Islam und dem Koran stammt, wo wir ja haufenweise Ideen finden und dann darauf basierende Behauptungen. Und eine dieser Behauptungen ist, dass ein Schöpfer oder Gott Wasser nimmt und daraus Menschen erschafft, wobei diese Flüssigkeit zwischen den Länden und den Rippen erscheint. Okay, um hier jetzt ein bisschen Klarheit zu schaffen, werde ich mal fünf Punkte abarbeiten. Ich werde erstens mal analysieren, was da wirklich steht. Dann werde ich versuchen zu verstehen, wo diese Idee herkommen könnte, vergleiche das dann mit der Realität und gucke mir dann das Vorgehen von Islam-Apologeten heute mal an, wie die das beschreiben und dann liefere ich ein Ergebnis. Also, dann sehen wir mal nach, worüber reden wir hier eigentlich. Es geht hier um drei Sätze im Koran. Und zwar im Kapitel 86, die Sätze 5 bis 7. Das ist jetzt eine Übersetzung, die aber eigentlich sehr oft vorkommt in dieser Form. Es gibt einige Unterschiede. Das heißt also, das ist einfach nur klarzustellen, dass es hier nicht viele Abweichungen gibt. Hier zum Beispiel vier weitere. Nur, dass es sehr oft im Arabischen eben nicht die Lände ist, sondern das Rückgrat. Aber diese Übersetzung, die kann jetzt falsch oder was immer sein, die macht eigentlich in der Sache keinen Unterschied. Weil das Wort Zul, wie es ist eigentlich als Wortwurzel SLB, meist als Kreuz, wie Kreuzigung im Gebrauch, weil das Kreuz eben an ein solches anlehnt. Und allerdings, aber mir ist bekannt, dass das Wort in Ableitungen auch als Lände verstanden werden kann. Und genau das wird oft benutzt, um die Inhalte näher an das anatomische Gebiet heranzubringen, was heute zur Allgemeinbildung gehört, dass männliche Gameten, also haploide Geschlechtszellen, Keinzellen oder Samenzellen, wie man die jetzt nennen will, in den Testis, den Hoden, gebildet werden. Aber dazu habe ich ja bereits ein ausführliches Video gemacht, sodass ich es nicht noch einmal alles erkläre. Also nochmal, die drei Sätze. Wir müssen also, laut Koran, wir müssen glauben, dass uns ein Schöpfer-Gott in Handarbeit erschaffen und dazu Wasser benutzt hat, welches beim Menschen zwischen den Lenden und den Rippen hervorkommt. Aber, tut mir leid, sobald man das liest, kommen sofort Fragen auf. Was kann man da wo betrachten? Da steht, wir müssen das betrachten. Aber wo kann man das betrachten? Wie und wo kann man diesen Akt der Erschaffung, also diesen Schöpfungsakt an sich, wo kann man den betrachten? Wie kann man nur aus Wasser etwas erschaffen? Und wo entsteht beim Menschen zwischen den Lenden Wasser? Wo findet man in den Rippen ein sich ergießendes Wasser? Wie kann ein Mensch erschaffen werden aus Wasser, das ja erst nach dem Schöpfungsakt von eben diesem Menschen zur Verfügung steht? Irgendwie ist das unlogisch. Aber das ist jetzt eine Wort-für-Wort-Darstellung des Kapitel 86 Satz 7 in Englisch, weil das ist der Wesentliche. Das heißt also, wenn man das auf Englisch sieht, ist das eigentlich im Deutschen recht ähnlich. Aber erstmal sind zumindest für mich diese drei Sätze unklar. Dazu kommt, dass hier eine Beschreibung vorliegt, die höchstens vielleicht bildlich oder metaphorisch, also vage und mehrdeutig gesehen werden kann. Kann, kann wohlgemerkt. Und dazu aber noch sachlich falsch ist. Und wenn ich jetzt Islamgelehrte, wie Ibn Kathir mit heranziehe, dann wird das alles noch viel schlimmer. Weil diese Gelehrten, die widersprechen sich auch noch und keiner kann sagen oder will sagen, was da genau steht. Manche übersetzen das Wort Taraib als Wirbelsäule, andere als Länder. Dann gibt es Meinungen, die das Wasser aus den Rippen der Frau zusprechen. Was ja alles noch viel schlimmer macht. Ich habe sogar jemanden gefunden, der behauptet, die Wissenschaft sei noch nicht so weit. Und in einigen Jahren würde der Koran ohne Frage bestätigt werden. Wieder andere zitieren einen Teil des Satzes und nehmen dann mehrere Paragraphen aus medizinischen Fachbüchern und dann sagen hinterher, und genau da steht im Koran. Ja, das ist ziemlich lachhaft, albern und kindisch, aber gut. Was steht denn jetzt in meinen Augen und laut meinem Verständnis wirklich hier? Also wir müssen glauben, dass es einen Schöpfer Gott gibt. Ohne Belege oder gar Beweise. Und dieser nimmt also dieses Ma, also Wasser, um Menschen zu erschaffen. Und dieses entspringt zwischen der Wirbelsäule und den Rippen. Also das ist das, was ich in diesen drei Sätzen sehe. Und heute wissen wir, dass diese Idee entweder nicht belegbar oder einfach nur falsch ist. Aber wo könnte denn dieses Verständnis entstanden sein? Und dazu brauchen wir jetzt alte Bücher, vor allen Dingen der der Griechen. So Philosophen wie Aristoteles, Hippokrates oder Galen. Und die haben über die Jahrhunderte die Erklärung propagiert, dass Menschen im Körper des Mannes geformt und dann in der Frau lediglich mit Wachstumsnährstoffen versorgt werden. Und ich habe viele Übersetzungen auf Englisch, aber wenig auf Deutsch gefunden. Also zum Beispiel Galen sagt in Definition des Medici, in seiner, das ist die Ausgabe 19 und das ist die Platte 4, 4, 9. Plato und Dioklis sind der Meinung, dass der Samen aus dem Gehirn entstammt und dann durch die Wirbelsäule das halt in die Nieren gelangt. Während Demokritos und Hippokrates glauben, dass es aus dem gesamten Körper stammt. Alessandro Benedetti, der schreibt darüber in seinem Buch 2 Kapitel 16 über die Nieren, dass dies zum Großteil in den Nieren passiert. Und er nimmt dazu die alten Griechen, die er dort zusammenfasst. Und das in meinen Augen zumindest erklärt, warum wir so häufig im Koran das Verständnis der alten Griechen widergespiegelt sehen. Es war halt das Modernste, was es zu der Zeit gab. Sehr anschaulich, aber leider falsch. Und dann erst im 16. Jahrhundert, also gerade mal vor 500 Jahren, kam dann Da Vinci mit exakten Zeichnungen oder etwas exakteren Zeichnungen, die dann schon eher zeigten, wie es da unten tatsächlich aussah. Ich meine, heute im 21. Jahrhundert mit Internet und all den uns zur Verfügung stehenden Informationsquellen, da wissen wir natürlich, dass das fehlerhaft war. Dass es keine zweite Leitung zwischen Penis und dem Rückenmark gibt, wie sie bei Da Vinci ja noch eingezeichnet ist. Wir wissen heute, dass in der Realität zwei Geschlechtszellen fusionieren, die zuvor in Hoden bzw. Ovarien gebildet wurden. Wir kennen die einzelnen Prozesse recht genau und wissen auch, dass man aus reinem Wasser nichts erschaffen kann. Aus Holz kann man, weiß ich nicht, eine Pfeife oder Stuhl oder was auch immer bauen, genauso aus Metall. Aber aus Wasser kann ich nichts erschaffen. Dass aus den Rippen kein Wasser hervorsprudelt und dass eine Samenflüssigkeit keine weibliche Eizelle befruchten kann, wenn da nicht ein einziges intaktes Spermium enthalten ist. Das wissen wir. Das heißt, die Flüssigkeit macht es also nicht. Und leider ist das im Koran halt anders dargestellt. Daher geben auch die meisten modernen Muslime zu, dass hier die Darstellung im Koran fehlerhaft ist. Aber viele schaffen aber gerade das nicht. Sie versuchen dann, den Text irgendwie zu rechtfertigen. Und da kommen dann ganz schön verrückte Ideen raus. Es geht um Mann und Frau mit ihren diversen Flüssigkeiten. Aber ohne Erklärung, wie das sein kann. Und es soll bei manchen rein metaphorisch verstanden werden. Das geht schon eher. Oder einer sagt, es bezieht sich auf einen Nervenreflex in der Wirbelsäule. Oder das Ganze bezieht sich auf die Embryonalphase. Das ist jetzt hier der Arme Medical-Doktor, der gute Sachian Naik, der macht das. Oder eigentlich ist hier die Aorta im Bauch gemeint. Mit anderen Worten, hier ist nichts wissenschaftlich, nicht präzise oder exakt und nicht entsprechend der Realität. Aber die ist doch sehr einfach darzustellen. Hier im Körper, der zeigt, wo im Mann Spermien gebildet werden, wo das Rückgrat sitzt und die Rippen. Wie kann hier ein Mensch realistisch behaupten, Spermien würden zwischen Rückgrat und Rippen entstehen? Auch die Samenflüssigkeit selber, die, das haben wir gerade gesehen, nur ein Transportmittel für Spermium darstellt, wird weit unterhalb der Rippen gebildet. Und nun mal zur Klärung, für die Entstehung eines Menschen braucht es ja mindestens vier Elemente am Anfang. Wenn eines wegfällt, kein Embryo, kein Baby, kein Exakt. Das erste ist die Geschlechtszelle des Mannes, also ein Spermium. Das zweite Geschlechtszelle der Frau, Ei, Ovum. Und drittens ein Prozess, den der Verschmelzung der beiden, die sogenannte Befruchtung, die den Chromosomensatz der Haploiden kompliziert und auch sofort das Geschlecht festlegt. Und dann eben die resultierende Zelle, die Zygote. Und diese wandert dann in die Gebärmutter, nistet sich dort ein und dann nimmt das alles seinen Lauf. Aber wenn das fehlt, wenn eines von diesen Elementen fehlt, kann das alles nicht passieren. Die Autoren des Koron hätten also mit Leichtigkeit eine simple, aber korrekte Darstellung wählen können. Haben sie aber nicht. Stattdessen haben wir eine Denksportaufgabe bekommen, ein Quiz. Die Frage, wo zwischen Rückgrat und Rippen entsteht die Flüssigkeit, aus der ein Schöpfergott einen Menschen erschafft? Ich weiß es nicht. Also wenn ich es wirklich deutlich machen will, ich habe hier mal so ein Diagramm, in dem ganz klar der Anus über den Hohnen liegt und stelle die Frage, bei wem reichen die Rippen an den Anus? Bei mir jedenfalls nicht. Ein extrem unehrlicher Islam-Apologeter hat kürzlich in einer Debatte dieses Bild gezeigt, indem er ein korrektes Bild aus irgendeinem Grunde um 90 Grad dreht, dann hereinzoomt und dann behauptet, es sei alles richtig und wie im Koran beschrieben. Und das ist, warum ich solche Videos mache. Weil dieser Grad an Dreistigkeit, Lug und Betrug, das ist nicht zu überbieten. Aber komischerweise, kein anderer Muslim kritisiert ihn und ermahnt ihn ehrlich zu sein. Warum nicht? Warum muss ich das tun? Warum müssen Nicht-Muslime Muslime korrigieren mit solchen idiotischen Aussagen? Stattdessen werden weiter falsche Behauptungen aufgestellt und versucht, den in meinen Augen wirklich schlecht geschriebenen Koran zu verteidigen. Ich würde die Stärken des Islam herausarbeiten und dem Blödsinn, dem mangelnden Wissensstand in der Antike zuschreiben. Wie ist ja die meisten Muslime, in denen mir bekannten Muslimstaaten tun. Warum die Immigranten in Europa das nicht tun, ist mir ein Rätsel. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Klarheit hier reingebracht, um ganz klar die Fakten zu zeigen und zu sehen, wie es in der Realität aussieht und was daraus gemacht wird, was davon ehrlich ist und was nicht. Wenn jemand Fragen hat, Fragen, Daumen hoch, Daumen runter, macht, wie ihr das seht. Ich würde mich nur freuen, warum, wenn mir das niemand sagt. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ciao.